Was ist denn das für eine polizeiliche Maßnahme, die Leute hier auf der Straße so zuzurechnen? Es sieht nicht so aus, wie es ist. Jetzt sagen Sie allen, ich muss es anzeigen. Ich muss es anzeigen wegen Behinderung der Polizei. Und mit den Männern, wenn ich daran denke, dann kriege ich Sehnsucht. Und dann tut es mir weh, wenn ich daran denke, wie wunderschön alles sein könnte. Wenn die Dinge anders sein könnten. Es wäre nämlich alles total schön. Ja, wirklich, wirklich wunderschön. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat und lass dich überraschen. Das ist das Wünsche. 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 Vielen Dank.